Musik Ja, ich komme aus Sachsen, aus dem Raum Görlitz. Unser Landkreis geht bis hoch in das Gebiet der Sorben und Bautzen, Hoyerswerda. Wir haben eine sehr reiche Kultur. Wir haben Kulturbeziehungen zu Polen und Tschechien. Wir haben auch Kultur der Sorben bei uns. Was uns im Moment fehlt, ist die Finanzierung. Es gibt viele, viele kleine, gute Initiativen, aber die meisten dieser Menschen sind prekär beschäftigt. Es gibt Hartz-IV-Empfänger, die sich ehrenamtlich betätigen. Das ist natürlich nicht in Ordnung. Wir haben in Sachsen, das ist bundesweit einmalig, ein Kulturraumgesetz, aber auch das ist belastet von Kürzungen. Das finden wir nicht gut. Deswegen würden wir uns als Sachsen freuen, wenn A, das Kulturraumgesetz verbessert werden würde und wenn B, dieses gute Gesetz, was Kunst und Kultur wirklich möglich macht, auch irgendwo im Bund eine Verwendung finden würde. Denn das Gesetz ist wirklich vorbildlich. Und jetzt bitte, man kann sagen, ob du gerade ein paar Dinge nach. Und jetzt visited uns also´m mit Lower Ansichi speaking. Und ja, zum T Gustafsingen eigentlich. judge- und T Gustafsingen. D-d gauge- und T Gustafsingen. bei dir die Stelle ein bisschen... Untertitelung. BR 2018